Moin zusammen, herzlich willkommen bei Jonsenhaus und bei der Zimmerei Andreas Jonsen. Meine Mitarbeiter und ich sind die Experten für den individuellen und ökologischen Holzhausbau in Hamburg und Umgebung. Unsere Stärke ist das Bauen von Energiesparhäusern in der Region mit hier ansässigen Meisterbetrieben in guter alter Handwerksqualität. Von den ersten Entwürfen bis zur Fertigstellung planen und gestalten wir mit Ihnen zusammen Ihr neues Heim. Das Aussehen und die Raumaufteilung stimmen wir nach Ihren einzigartigen Wünschen und Bedürfnissen ab. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und genießen Sie die persönliche Betreuung. Wir planen, gestalten und bauen nach den Wünschen unserer Baufamilien und stehen Ihnen während der Planungs- und Bauphase stets mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem Jonsenhaus erhalten Sie Ihr persönliches Haus nach aktuellsten ökologischen Standards. Natürlich als Öko-Holzhaus und mit dem von Ihnen gewünschten KfW-Standard. So erhalten Sie den Holz-Royce unter den Holzhäusern. Individualität hat bei Jonsenhaus einen hohen Stellenwert. Wir fertigen maßgeschneiderte Häuser, Anbauten und Aufstockungen, die genau Ihrer jeweiligen Lebenslage angepasst sind. Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes Haus planen oder schon Erfahrungen mit dem Bau eines Hauses gemacht haben, wir beraten Sie umfassend und haben immer die passenden Ideen für Sie parat. Sie bekommen von uns außergewöhnliche Qualität zu einem fairen Preis. Sprechen Sie uns an, es lohnt sich. Zimmerei Andreas Jonsen – der Holz-Royce unter den Holzhäusern.